gut wo müssen hoch ach so da auf die seite ok ich war jetzt schon überlegen war irgendwo vorher eine schlüsseltür aber hier liegt hier dreck gegenüber dann lass mal dahinter aufladen okay wir können jetzt also überall wo diese blauen barrieren sind durch nein doch nein nicht runter nicht hoch runter runter hallo ja gibt mir schön sälen 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 nein auch irgendwie ist das hoch runter so was von unlogisch da war eine heilung ich bin aber so weit von auch da geht's sagen ich wollte gerade sagen da bin ich jetzt nur hier runter geschwommen um die dinge kaputt zu machen hat aber jetzt tatsächlich weiter so hoch 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 wo sind wir nun ach ja mal jetzt sind wir jetzt wieder da wo wo wir am anfang angekommen sind ja hier ist jetzt das wasser abgelassen da okay hätten ist ne kiste stand hier nicht auch irgendwo ein zog oder sind wir doch nicht da oder sind wir doch nicht da das ist auf jeden Fall eine Rage Kiste schon mal nicht ganz falsch füllt aber nicht komplett unsere Rage auf okay das ist ne wichtige Kiste füllt auch nicht ganz komplett auf auch und was denn da hinten auch schön ist ja wie weihnachten aber wie kommen wir da hin komm ich hier drauf sieht nicht so wirklich danach aus aber hier vorne war ja ein Schalterchen ne drücken wir mal auf das Schalterchen noch was übersehen jetzt fährt nämlich das Ding hier hoch oder ja ist soweit aber hier ist ja wieder ein Schalterchen komm ich hier scheiße ähm und nun gehen wir doch einfach mal hier hoch wäre ja vielleicht ne Idee ah hier ist auch ein Schalterchen okay schnelles verschieben drücken und halten sie Y während sie ein Objekt verschieben um es mit einem Tremorhieb schneller zu bewegen ach Mensch die haben beide gleichzeitig wofür habe ich das denn jetzt diese Runde ähhh ja äh äh ähm ähm Ich hab das jetzt noch nicht so ganz kapischt. Ich kann das jetzt... Also, das ist wohl ziemlich für den Arsch, ne? Guck mal, bam. Jetzt ist es noch nicht mal weitergerutscht. Kann man das hier gar nicht weiter, oder was? Rück! Okay, kann man nicht. Also, ob das jetzt so schneller ist, weiß ich aber nicht. Weil, bis das Ding aufgel... Achso, ich krieg's sonst gar nicht verschoben, oder was? Ne, ich krieg's schon wieder gar nicht verschoben. Ja, und jetzt? Ja, na gut. So, und da werde ich nicht können. Weil da ist ja genau wie da am Boden so ne, so ne... leiste. Also geht's hier gerade weiter. So. Hallo. Hey, ich weiß nicht, ob das nun wirklich schneller ist. Ich glaub, wenn ich das so schiebe, bin ich genauso schnell. Weil, ich muss nicht laden und nix. Ich weiß nur nicht, ob ich hier hin muss, wo ich jetzt hinschiebe. Hier ist ja wieder... Da komm ich wieder nicht drüber. Hier werde ich wahrscheinlich auch wieder nicht drüber können. Ist hier ne Pfütze, oder was? Achso. Okay. Ja, nö, also... Muss ich das hier ins Wasser schmeißen? Hallo? Äh? Greifst du mal zu? Nö, geht nicht. Nö. Hm. Also ich könnte da oben drauf springen, auf das Ding. Was hab ich davon? Ach, um hier hochzukommen, oder was? Ne, da hab ich's doch runtergeschubst. Ähm. Äh? Komm mal mit. Nein, nicht dagegen hauen. Da hab ich nix von gesagt. Warum haut der denn dagegen? Ganz ernsthaft, ich hab nix von hauen drauf gesagt. So. Mal da hin. Da nützt mir aber auch nix. Äh. Der Spiel trollt mich. Und das nur, weil ich da runtergefallen bin. Verdammte Kacke, das gibt's doch wohl nicht. Weil ich würd sagen, ich muss da oben... Ne, hier oben drauf war man ja. Da rüber muss ich. Weil auf der Karte ist da ne Tür auch irgendwo. Hier sind wir rausgekommen, ne? Ja. Wofür ist das Ding? Hm. Ja, da würd ich gern hin. Das werd ich aber von hier aus wahrscheinlich gar nicht können, ne? Fahr mal. Ah, jetzt fährt er jetzt ein Stück runter. Was ist denn das? Kann ich jetzt? Okay, jetzt kann ich mit dem da... Ich geh drauf. Ja. Okay. Warum das jetzt grad nicht geklappt hat, weiß auch kein Mensch. Hab ich ja in der Ewigkeit wieder vor ner Alpha-Wand gestanden. So. Und jetzt? Fährst du wieder hoch, wenn ich wieder drauf drücke? Ja. Reicht das dann um... Nö. Schöner Pack. Nö, 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 nö. Steht ein bisschen unter Strom hier. Mann. So, ähm. Wieder hoch. Wie, 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 wie da hoch. Wenn ich hier jetzt nochmal drauf drücke, geht's wahrscheinlich wieder runter. Ja. 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 Ist ja nicht mein Ziel. Ich will ja ganz hoch. Da würde ich jetzt wahrscheinlich wieder nicht mehr hin können. Ähm. Oh doch. Was hat das mit dem Ding da auf sich? Ähm. Könnte mir jetzt vorstellen, wenn ich das hier drauf hätte. Dass ich dann da drauf springe, hier, wenn das hier steht. Und von da aus dann da ganz hoch könnte. Obwohl mir das immer noch ein Tick zu hoch erscheint. Ähm. Aber wie krieg ich das hier drauf? Verdammt. Na, geht, spring doch da drauf. So. Hier dann auch nochmal runter. Das hier auch nochmal runter. Das ist jetzt nämlich ganz hoch. Aber ich wage zu bezweifeln, dass ich das da drauf geschrauben kriege. Weil hier ist ja eine Kante. Und ich bin ja noch nicht mehr über die Kante hier drüber gekommen. Na, na. Warum haut der da jetzt wieder drauf? Alter, schon wieder. Oh, Mann. Jetzt haut der schon wieder. Dieses Hauen, diesen Haubefehl gebe ich nicht. Weiß der Geier, warum der den macht. So, krieg ich das jetzt da drauf geschoben? Ich glaub da nicht dran. Doch. Okay. Okay. Aber warum... Aber warum... Ja, nicht weiter hinterfragen, Amiga. Nicht weiter hinterfragen. Das hatte doch... Wir haben das Ding ja von da geholt. Und das habe ich mit einem Powerschlag, so wie jetzt auch, da runtergeschoben. Aber das ist ja nur runtergefallen. Das ist ja gar nicht geflogen. Hier fliegt es jetzt zwölf Kilometer weit. Wenn das da hinten auch schon geflogen wäre. Dann hätte ich es nachvollziehen können. Dann wäre ich hier früher drauf gekommen. Aber so? Na ja. Ach ja. So, da dran. Und hopp. Da drup. Und... Der menschliche Presslufthammer. Okay. So, was kann man hier jetzt? Außer da kaputt hauen und da wieder runterfallen? Ähm... Nicht. Gut, dann gehen wir hier kaputt hauen, würde ich sagen. Gut, dann gehen wir hier. Vielen Dank.